Magnesium und Magnesiummangel sind vor allem in dem Zusammenhang bekannt, dass es meistens Muskelkrämpfe verursacht. Allerdings hat Magnesium ganz viele wichtige Funktionen im Körper. Das heißt, wenn man einen Magnesiummangel hat, können sich auch noch ganz viele unterschiedliche Symptome zeigen. Und um welche Symptome sich es handelt und wie du einen Magnesiummangel bei dir erkennen kannst und vielleicht auch feststellst, dass eigentlich nur ein simpler Mangel an Magnesium deine Beschwerden verursacht, das schauen wir uns in diesem Video an. Bevor wir uns die Symptome eines Magnesiummangels anschauen, wollen wir natürlich erstmal wissen, was ist Magnesium überhaupt? Magnesium ist ein sogenannter Kofaktor im Körper, welcher an ca. 350 verschiedenen Enzymreaktionen beteiligt ist. Und ein Kofaktor ist für ein Enzym wichtig, ein wichtiger Bestandteil, damit es im Grunde überhaupt funktionieren kann. Und dabei geht es jetzt nicht nur um Verdauungsenzyme, sondern um die komplette Biochemie in deinem Körper. Welche Symptome verursacht jetzt einen Magnesiummangel in deinem Körper? Bekannt sind wie gesagt Muskelkrämpfe, aber auch Muskelzuckungen. Zum Beispiel, wenn du ein Zucken hier am Augenlid hast. Aber auch Herzrhythmusstörungen können zum Beispiel ein Magnesiummangelsymptom sein. Ein anderes häufiges Symptom, was natürlich sehr viele Menschen haben, ist Bluthochdruck. Das hat etwas damit zu tun, dass letztendlich Magnesium eine Wirkung auch auf Calcium hat. Und Calcium ist vor allem auch wichtig für die Kontraktion, aber auch die Dekontraktion der Muskelzellen, also auch der glatten Muskelzellen innerhalb der Gefäßwände. Dann wäre da noch Schlaflosigkeit zu nennen und vor allem auch ein Symptom, was man eigentlich gar nicht mit Magnesium in Verbindung bringt, nämlich Osteoporose oder Osteomalazie. Das ist letztendlich eigentlich die Verweichung des Knochens und das hat damit zu tun, dass Magnesium für die Aktivierung von Vitamin D benötigt wird. Und Vitamin D ist wiederum wichtig, um Calcium aufzunehmen und dass dieses Calcium auch in die Knochen kommt. Aber welches ist jetzt das Nummer 1 Symptom des Magnesiummangels? Das ist tatsächlich Müdigkeit und Erschöpfung. Und das liegt daran, weil Magnesium ein wichtiger Kofaktor ist für den biochemischen Ablauf in den sogenannten Mitochondrien, das sind die Kraftwerke in den Zellen. Die Mitochondrien sind wiederum wichtig für die Generierung von ATP, das ist im Grunde so die Währungseinheit für Energien am Körper. Und außerdem ist Magnesium auch noch essentiell wichtig für eine weitere, ja sehr wichtige und zahlreich vorhandene Struktur in deinem Körper, die sogenannte Natrium-Kalium-Pumpe an den Zellen, welche letztendlich auch viel mit dem Energiehaushalt zu tun hat. Die Natrium-Kalium-Pumpe ist wichtig, um deinen Muskeln und Nerven Energie zu liefern und Magnesium ist wichtig, um der Natrium-Kalium-Pumpe Energie zu liefern. Worin ist Magnesium viel enthalten? Vor allem in Gemüse allgemein, in großen Salaten und vor allem in grünen Blattgemüse. Wie entsteht jetzt ein Magnesiummangel? Natürlich einmal durch die mangelnde Aufnahme, aber auch durch einen erhöhten Verbrauch. Das kann zum Beispiel der Einsatz von Antibiotikern sein, von Diuretikern, also Entwässerungstabletten, wenn dein Körper laufen mit Entzündungen zu tun hat und der zu deutliche Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln, Alkohol und Fruktose.